shalom zusammen ich bin der joel und wir haben freude an bord heute schauen wir uns zusammen an was alles in dem hebräischen ersten satz versteckt ist der erste satz der bibel es geht um genesis 1 1 also die ersten sieben worte im hebräischen im deutschen weiß ich gar nicht wie viele worte es sind und es geht um folgenden satz jetzt wird es sehr wahrscheinlich so sein dass du vielleicht hebräisch gesehen hast aber dich noch nie damit beschäftigt hast wie die buchstaben zu lesen sind es kann sein dass es recht viel ist was ich heute erzähle ich würde mich heute nur mit dem ersten wort hier beschäftigen und was da alles drin steckt genau also wenn wenn es dir zu schnell geht einfach noch mal zurückspulen und noch mal das ganze anschauen das ist über was gar nicht einige jahre jetzt gewachsen das wissen was ich da aufgebaut habe auch über verschiedene webseiten und ja die aussprache und die die buchstaben sowieso genau der erste satz im hebräischen wird wie alles hebräische von rechts nach links gelesen deshalb habe ich auch die maus hier genau in den heutigen sprachen wird der von links nach rechts gelesen aber in der ersten sprache im hebräischen liest man von rechts nach links das heißt das sind die sieben wörter ja lehrzeichen sieht man ja und ausgesprochen wird es jetzt klingt irgendwie nach einer unbekannten sprache auf den ersten blick und es brauche ich doch eine weile bis man alles aussprechen kann weil das hebräische hat ein paar stolpersteine die es einem schwierig machen am anfang das zu lesen weil beispielsweise nicht alle buchstaben ja wirklich sichtbar sind jetzt im lateinischen alphabet dazu kann ich wahrscheinlich später noch mehr sagen die häufigste oder die nächste übersetzung ist im anfang schuf gott die himmel und die erde hier steht dann elohim das ist dieses wort was ich gerade gezeigt habe elohim steht hier und genau schamayim ist der teil von haschamayim wo das eigentliche der himmel also hier steht dann luft himmel oder stern himmel damit gemeint ist beziehungsweise auch der tonsitz gottes und das ist dieses wort hier steht ein höh sozusagen dem englischen also der die oder das im deutschen entspricht und hier steht dann schamayim genau zu den späteren worten also es sind ja sieben worte hier hier drei und hier sind es vier zu den weiteren sechs worten komme ich später heute beschäftigen wir uns mit dem wort bereshit genau hier haben wir gerade gesehen es wird fast immer im deutschen wahrscheinlich im anfang übersetzt dieses wort und das hat den hintergrund dass im hebräischen hat man bestimmte buchstaben wie jetzt hier das bait oder bett was man vor andere wörter ja anhängen kann so als prefix als wortteil der dem ganzen eine besondere bedeutung gibt und dieser buchstabe kann als hier habe ich einige notizen als in mit oder in inmitten übersetzt werden das heißt dass das bait steht hauptsächlich für das haus oder die familie kann aber auch haushalt oder physikalische körper oder leib bedeuten und diese buchstabe der da am anfang angehängt wird der heißt dann wenn man es direkt übersetzt in anfang wenn man es so zu sagen nimmt in anfang und da es im deutschen das nicht gibt sagt man dann im anfang obwohl da eigentlich kein artikel im hebräischen drin ist das ist das jetzt wahrscheinlich schon relativ viel vielleicht machst du kurz eine pause und schaust den vorderen teil nochmal an wenn du willst ansonsten genau haben wir hier zwei wort teile also rei sheet das ist dann rei sheet dieser teil hier der ja heißt direkt übersetzt anfang oder in the beginning wäre es dann im englischen ähm und genau spannend ist das hebräische also hier sind einige notizen ähm zu dem was es so alles zu lernen gibt äh da gehen wir heute zusammen etwas drüber auch über die bibelstellen die da überall äh referenziert sind ähm genau weil das interessante im hebräischen ist ähm dass man teile von wörtern ähm ja dass sozusagen man nicht nur im anfang lesen kann sondern man kann auch teile von diesem wort äh benutzen äh vielleicht ist es dir hier aufgefallen dass bereshit und bara hat jeweils die äh genau gleichen drei buchstaben das heißt bereshit äh dieses wort und bara ähm haben genau beth, reich und aleph als buchstaben ähm das heißt beth, reich und aleph das sind die drei buchstaben und so funktioniert das äh im hebräischen äh sogar nicht nur auf zwei buchstaben ebene also das hier sind ja drei buchstaben äh bereshit und bara ähm sondern äh sogar auf buchstaben ebene äh und da wird es dann sehr sehr spannend weil dann kommt man auf eine Ebene ähm die gibt es meines Wissens in kaum einer anderen Sprache vielleicht noch chinesisch oder irgendeine andere Sprache aber normalerweise ähm kann man jetzt ja in zusammengesetzten Wörtern äh im Deutschen gibt es die Möglichkeit da bestimmte Teile rauszuholen ähm Schifffahrtsmeister oder sowas ähm da hat man dann drei Worteile aber im Hebräischen kann man sogar auf Buchstabenebene gehen ähm ähm und das macht sehr sehr spannend weil da kommt man dann wie man hier schon ein bisschen sieht ähm auf Bedeutung die äh die kann man nur im Hebräischen verstehen genau ja hier habe ich äh einige Notizen aufgeschrieben äh der erste Satz ähm beziehungsweise das erste Kapitel ähm ähm wird übersetzt wie ich gesagt habe äh hier steht dann äh Beid als erste Buchstabe und ähm Zayin als letzter Buchstabe das ist nicht so häufig deshalb muss ich kurz überlegen ähm von Bereshit Barah ähm Elohim et Hashemayim vaetz haaretz vaetz haaretz sorry genau von Genesis 1 Vers 1 und im Anfang äh dieses erste Wort äh ja hier habe ich ein Wortspiel reingebracht doch fangen wir mit dem Anfang also äh Reeshit an und besser gesagt mit dem ersten Buchstaben äh der gesprochen wurde nämlich dem Beid also das hier ist das Beid äh handschriftlich von mir geschrieben und das Beid ähm steht für einerseits ähm in mit und in mitten im Hebräischen also dieser extra Buchstabe den man an andere Wörter vorne hinzufügen kann um dann zu sagen ey das heißt in oder mit oder in mitten aber der Buchstabe selber bedeutet auch äh Haus oder Familie oder Haushalt physikalischer Körper Leib ähm genau und das Interessante ist dass dann Beid nicht der erste Buchstabe vom hebräischen Alphabet ist also Alphabet kommt von Aleph Beid ist dir vielleicht noch nie aufgefallen aber äh im Hebräischen die ersten zwei Buchstaben sind Aleph und Beid und Aleph Beid und Alphabet ähm genau also das deutsche Wort Alphabet kommt einfach vom Hebräischen Aleph Beid oder Aleph Beid ähm und der erste Buchstabe äh der steht sozusagen vor dem vor diesem Beid hier ähm ähm dass Gott das ist so die Idee dass Gott äh Jawa ähm hier als Aleph vor diesem Beid ist und dann von dieser Seite das Ganze gesprochen hat äh weil das der Buchstabe Aleph steht für für Gott äh für für den Vater genau ähm dann dann haben wir nicht nur den ersten Buchstaben der heißt äh in mit inmitten beziehungsweise ist das Haus ähm sondern wir haben auch den erst das erste Wort was aus zwei Buchstaben besteht das ist Bar ähm und das kennst du vielleicht äh von äh Bar Mitzwa ähm das steht dann weiter unten genau hier steht Bar ähm genau da stehen noch ein paar Nikut ein paar Punkte und Striche drin aber visuell sieht man schon dass die Ähnlichkeit äh recht stark zu diesen zwei Buchstaben ist und das ist das Wort Bar ähm was dann ja im Aramäischen wie hier drin steht ähm vielleicht war es ursprünglich mal so das Bar ähm das Wort war für den Sohn und dann im modernen Hebräischen ist es aber Ben äh Benjamin das weiß ich nicht genau aber auf jeden Fall gibt's äh Bar Mitzwa äh so geschrieben im Hebräischen äh mit den Nikut also mit den Strichen und Punkten die man da sieht ist das dann äh die Bedeutung von dem ja äh von dem Fest äh was die Juden äh feiern wenn ein Junge ich denke es waren zwölf oder dreizehn genau äh zwölf oder dreizehn wird und dann ähm ja zu der Gemeinschaft der Erwachsenen hinzugefügt wird ja genau jetzt haben wir hier Bar das ist ein Wort äh was Sohn bedeutet wie gerade gesagt Bar Mitzwa ist ein Vergleich dann äh ähm haben wir hier auf der linken Seite ähm Beit und Reish wenn man jetzt wieder auf Buchstabenebene geht dann sieht man hier im Reish also der der Buchstabe heißt Reish oder Resh und wenn man den Buchstaben ausschreibt dann äh schreibt man das äh Reish Aleph Schien das sind die drei Buchstaben die man hier sieht und das bedeutet Kopf also im Kopf könnte man dann sozusagen aus diesen zwei Buchstaben schon herausholen ja weil das jetzt schon einiges war ähm stoppe ich dieses äh diese Aufnahme hier schon mal und äh mach dann einen zweiten Teil wo es äh noch interessanter wird ähm um rauszufinden was in Bereshit in diesem Wort ähm so alles noch drin steckt wenn man auf Buchstaben beziehungsweise kurze Wörter mit zwei bis drei Buchstaben hineinschaut wird